Bhagavad Gita, Vers 1.4 In dieser Armee gibt es viele heldenhafte Bogenschützen, die Bhima und Arjuna im Kampf ebenbürtig sind. Auch sind dort große Kämpfer wie Jujudana, Virata und Drupata. Erklärung Obwohl Tristat-Yumna angesichts der hervorragenden Fähigkeiten Thron-Acharyas auf dem Gebiet der Kriegsführung kein sehr großes Hindernis war, gab es dennoch viele andere, die Anlass zur Befürchtung angaben. Sie werden von Duryodhana als große Hindernisse auf dem Weg zum Sieg bezeichnet, denn jeder einzelne von ihnen war ebenso furchterregend wie Bhima und Arjuna. Er kannte die Stärke Bhimas und Arjunas und verglich daher die anderen mit ihnen. Erklärung 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 Erklärung